Mein Name ist Nico Villafane, ich bin 26 Jahre alt, wohne in Hamburg und bin Mixed Martial Arts Kämpfer. Für einen Wettkampf bereiten wir uns sechs Wochen vor und trainieren zweimal am Tag, fünf bis sechs Mal die Woche. Doch bevor ich zu dem Sport gekommen bin, lief mein Leben in eine andere Richtung. Wenn ich durch die Gegend gehe, wo ich aufgewachsen bin, kommen alle Erinnerungen zurück. Alle waren in sozialer Not, ich war umgeben von Jungs in meinem Alter, die genauso perspektivlos waren wie ich. Keiner hatte eine Arbeit oder ein Ziel in seinem Leben. Jedes Wochenende haben wir uns zugedröhnt, bis wir nichts mehr gemerkt haben und haben Stress gesucht. Oder eine Möglichkeit, irgendwo schnelles Geld zu machen. Wir hatten unzählige Schlägereien und ich hab oft einfach zugestochen, ohne über die Auswirkungen nachzudenken. Die ersten Einbrüche hab ich mit 15 gemacht. Später haben wir Drogen verkauft und Menschen ausgeraubt. Früher dachte ich, dass man nur ein wahrer Mann ist, wenn man draußen auf der Straße gefürchtet wird und Geld in der Tasche hat, ohne dafür zu arbeiten. Es wurde von Jahr zu Jahr schlimmer. Ich habe irgendwann angefangen, meinen Verstand zu verlieren. Irgendwann hat mich auch meine Familie aufgegeben und vor die Tür gesetzt. Doch dann kam der Sport in mein Leben. Durch ein Urteil, durch das Anti-Aggressionstraining, bin ich zum Thai-Boxen gekommen und dadurch zum MMA. Und so hat alles seinen Lauf genommen. Nach dem ersten Training war ich fasziniert, wie respektvoll alle miteinander umgehen. Keiner versucht sich zu beweisen. Jeder unterstützt sich. Und bei jedem Kampf wächst man zusammen weiter. Der Sport hat mir eine neue Lebenseinstellung gegeben. Ich habe dem alten Leben den Rücken zugewandet. Denn hinter dem Sport steht viel mehr. Die Leute sehen nur die Kämpfe und denken, es ist einfach nur ein Kampf. Aber wir machen viel mehr dafür durch. Das harte Training bis zur Erschöpfung. Zweimal am Tag, fünf bis sechs Mal die Woche. Die Diät, um das Kampfgewicht zu erreichen. Der Druck vor dem Kampf, wenn das Adrenalin in dein Blut schießt. Und du einfach durch dieses Gefühl durch musst. Bringt dich manchmal fast zum Zerbrechen. Doch man atmet einmal tief durch. Und man glaubt an seinen Traum. So schöpft man neue Kraft. Ich habe viele schlechte Dinge in meinem Leben getan, die ich bereue und die ich niemals vergessen werde. Doch heute weiß ich, meine Ziele sind da, um etwas zu hinterlassen. Um etwas zu verändern. Ich danke Gott dafür. Denn ohne den Sport wäre ich heute hinter Gittern. Oder ich wäre schon tot. MMA ist mein Leben. Mein Name ist Nico Villafane und das ist meine Geschichte. Mein Name ist Nico Villafane und das ist meine Geschichte. Mannheim. Anh Untertitelung des ZDF, 2020